was empfiehlst du einem network frischling das ist eine gute frage ich habe selten noch mit frischlingen zu tun weil ich eher mit leuten arbeite die schon ein bisschen erfahrung haben aber ein frischling ja das ist eine gute frage wie frisch muss man sein also wenn man wenn man reinkommt was ich jedem empfehlen kann es einfach einen mentor zu haben sich eine strategie auszusuchen mit der mit der man gerne auch arbeiten wenn man zum beispiel irgendetwas ungerne tut dann mündet das meistens auch nicht in erfolg und ich sage den leuten es gibt ja viele wege um kontakte zu generieren und neue leute das geschäft zu präsentieren wenn man da einen weg sich ausgesucht hat ja dann sollte man den auch beherrschen und wirklich gut darin werden und was viele immer machen die probieren fünf sechs sieben sachen aus ja wollen man ein bisschen facebook ist ein youtube ist ein direktkontakt ein bisschen namensliste von allem etwas machen und nichts funktioniert dann letztendlich man muss einfach einen weg finden für sich der spaß macht und wo andere es erfolgreich vornehmen